Weißt du, was der Künstler und der Scharfschützer gemeinsam haben? Den Blick für Details. Wenn zum Beispiel eine Farbe nicht ins Bild passt. Wenn ein Schatten nicht der Umgebung entspricht. Oder wenn eine Form nicht da ist, wo sie sein soll. Der Unterschied liegt allein im Risiko. Meins ist größer. Vielen Dank.